Guten Morgen! Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen hast. Ich dachte, ich war schon bei dir. Hör auf! Ich war schon bei dir. Ich will nicht mit dir reden. Ich war schon bei dir. Oh, bei mir ist die Marnie. Wir haben die Katze! Okay, wer gießt gerade? Ich. Hallo, Miss Fussel. Siehst du die Katze hier? Also machen wir dieses Mal auch eine Begrüßung, oder was? Ja. Ja. Ja, das war ja jetzt die Begrüßung. Hi, Miss Schaue. Ich habe sie an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner. Armes, kleines Ding. Mach, ich will auch eine Katze! Wir haben doch alle jetzt eine Katze. Es scheint Ihnen hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof eine gute Katze gebrauchen könnte? Nein. Name? Kokki. Wie? Kokki? Nichts. Nichts. Äh, ähm, ähm. Sollen wir so ein paar Vorgefertigte probieren? Hannibal Lecter! Hannibal Lecter, Alter! Wo bist denn du? Wo sind wir? Stehst denn du? Hier, in meinem Haus. Geil, ich habe Cookies bekommen. Ich habe Cookies bekommen! Siehst du Fussel hier? Hey! Nein. Nein. So, können wir jetzt bitte einen ernsthaften Namen sagen? Ja, Hannibal Lecter! Hannibal Lecter! Das passt doch gar nicht rein. Ich würde meine Katze Lockerso nennen, oder Hagrid. Hagrid wird nämlich meine nächste... Wumbus. Nein! Wumbus. Das war so ein generierter Name, ich guck die grad durch. Päffe, Guh. Da find ich Hannibal Lecter, aber schön. Margarine! Ähm... Bar, Pru, Vene, Guss, Fapo. Fapo! Fapo! Tati! What over! Captain Awesome! Momo! Okay, dann nehmen wir jetzt Captain... Awesome! Hallo, hallo! Captain Blaubeuer! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! Ich weiß nicht, wo du bist, vor deinem Haus steht niemand. Ich verstehe, wo die Hälfte... Ach, du, sie liegt in deinem Haus! Oh Gott! Ich verstehe nix mehr, so laut. Lea! Guck mal, Captain Awesome! Da komm ich da rein. Captain Awesome ist müde, okay. Captain Awesome ist müde. So, jetzt hab ich noch Post, Moment. Altar auf Joba. Äh, ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast, du hast die Seele eines Abenteurers. So viel kann ich schon einmal sagen. Wenn du zehn Schleimen erledigen kannst, hast du dir einen Platz in meiner Abenteurer-Gilde verdient. Pass auf dich auf, Marlon. Auf meine Seele. Ja, eine schwarze. Oh, noch mehr Post? Week Level 40 in Mainz. Ich habe noch mehr Post, Moment. Hallo, Miss Forsythe. Morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. Ja, Eier! Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du willst die jährliche Eier-Sophie sicher nicht verpassen. Bürgermeister Louis. Ich liebe Eier. Eier. Also, eigentlich nicht, aber egal. Eigentlich doch, ja. Okay, also morgen ist Eierfest. Morgen ist Eierfest. Sag ich nicht. Also gehen wir auf Eierfest. Halte eure Eierfest, morgen ist das Eierfest! Ähm, wo ist denn meine Gießkanne? Ohohohohohoho. Wo ist denn meine Gießkanne? Hier. Oh, ich habe noch eine Gießkanne. Ember hat wie immer den besten Humor. Ich bin am Haus herbeigelaufen. Ich kann nicht raus, weil Captain Awesome vor der Tür steht. Geil. Kannst du ihn wegschubsen? Ja, ich bin raus. Nein, ich will hier die Gießkanne nehmen. Collect Rewards, was? Ich habe eine Geode. Ich will... Ich will... Verarschen. Oh, woher... Ich hab doch... Ich hab einen fucking Zahn von dem Mödsaurier gefunden. Ich will den spenden. Hallo. 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 Also... Ich bin auf dem Dreck. Was ist denn grad... Ich hab grad mit ner modal combinativen Dialog gearbeitet. Ich hab grad mit ne Personal versprochen, See!. Bit ihr richtig kommunikative Person! Oh, Robin Florio, 50待ח .... Und so gehen die Leute mit mir um. Haben wir denn Plan eigentlich für heute? Nein Nein, das ist morgen. Haben wir jemals einen Plan? Nee, aber dann gehe ich die Axt holen von Robin. Ich habe schon wieder vergessen, was ich für das Hühnerstallding brauche, weil ich wollte doch für das Hühnerstallding sparen. Geld und Steine und so. Ich möchte Hühner. Ich bin ja die Hühnerwammer hier. Die Hühnerwammer. Natürlich bist du das. Ja. Oh Gott, ich könnte jetzt was ganz Falsches sagen. Komm, sag es. Die Emba ist unser Main Chicken. Ich wollte sagen, ich bin der Kopfwächler. Oh Gott. Okay, Emba, wenn du die Rolle übernehmen willst, aber... Ich weiß nicht. Wir brauchen noch 1300 Gold. Oh, ich habe Lauf gefunden. Fridings Zwiebeln. Oh nein, apropos Zwiebeln. Ich habe meine Pflanzen noch nicht gegossen. Apropos Zwiebeln. Ich bin gerade wieder dabei, ein bisschen reinzukommen. Auf jeden Fall. Mein Ziel ist... Ähm... Der Hühnerstall... Gesundheit. Danke. Gesundheit. Sorry. Die Hutuhaus ist ja auch noch gar nicht da. Aber hey. Dies war nur eine Sache. Ich will mal gucken, ob ich mir den Ofen zusammen craften kann. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt zur Robin kann. Ich kann mir das geben. Ach, die ist heute Abend eh in der Kneipe. Es ist Freitag. Die ist eh saufen. Freitag sind alle in der Kneipe. Auch die Kinder. Echt? Auch die dann auch nicht drauf. Richtiges Dorfleben. Ja, es juridischen halt. Richtiges Dorfleben. Also Abigail und so. Mein Ehemann! Ja, der auch. Ja, äh... B... Abigale, mein Ehemann. Ja, die auch. Abigale, meine Ehebitch. So. Oh Gott. Frauenfeindlich. Oh, ich brauch Wasser. War nicht frauenfeindlich, wie mein. Ich hasse Feministen. Sind Feministen nicht die, die voll für Frauen sind? Ne, das sind die, die gegen Frauen sind. Echt? Ja. Oh. Mein wohl. Waren das nicht die, die irgendwie übertrieben die Frauenrechte verteidigen? Doch, ja, das sind die, die übertrieben die Frauenrechte. Dann mein ich Sexisten. Ja, das kann sein. Ja. Das kann sein. Aber die werden immer verhaftet wegen Sex. Aber haben die nicht noch einen anderen, äh, Namen? Arschloch. Ja. Nein. Sehr treffend. Doch. Die, die ignoriert mich auch gut. Halle, ignoriert dich, stand da jetzt einfach. Ja, das stimmt bei mir gerade auch. Fühl dich nicht, du bist nicht alleine ignoriert worden. Du bist nicht alleine ignoriert worden. Oh, ich brauch noch 20 Holz und 25 Steine. Day in night, day in night. Wissen wir jetzt? Wir wollen zur Main, wir wollen zur Main. Mann, jetzt sprich mit mir. Ist ja schon 18 Uhr. Ja, deswegen, ich bin in der Kneipe. Weg du Main. Ach, da heißt es, Robby. Ja, ich habe deine Axt gefunden. Ich habe dich aber nicht nach Hause. Weg du Main. Ich habe die Axt gefunden. Ich habe Papier für dich, Alters. Was bitte noch reden. Matrix, bring mir mal bitte 25 Steine mit. Ich habe keins dabei. Also, ich kann in die Mie gehen und dann müssen wir es holen. Ja, du wolltest doch eh in die Mie, oder nicht? Ja. Die blöde Punkt, 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 die ignoriert mich die ganze Zeit. Die blöde Punkt, Punkt, Punkt. Die nette Dame, ja? Das ist was anderes. Voll nett, ja bitte. Dunkler Stoff. Geil. Er läuft, warum sie ja da sein. Wenn man irgendwas vibrieren hört, dann ist das mein Controller. Ja. Ja, klar, würde ich jetzt auch sagen. Ich lege dem auf, ein Stück Stoff, danke. Ja. Der Controller. Der Controller, mhm. Alter. Bevor sie verbrennt. Und du willst genau, dass du Fenzlverbot hast gerade, YouTube und so. Bei dir weiß man es, Handy. Hallo. Ja, wahrscheinlich. Wenn sie fertig ist, kommen sie raus. Ich kann mal mein Inventar mit E so. Wie funktioniert dieses Spiel noch? Mit Maus und Tastatur könnte ich das Spiel überhaupt nicht spielen. So, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt wollte. Schleims! Ich finde es voll easy mit Maus und Tastatur. Ja, ich auch. Ich auch. Ne, ich finde es mit Controller viel angenehmer als mit Maus und Tastatur. Kann ich dir beurteilen. Verstehe aber auch, warum. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich weniger Point-and-Click-Dinger spiele. Also, wirklich fast gar nicht. Wo seid ihr jetzt alle eigentlich gerade? Ich bin gerade in einer Mine. Mine. Ich glaube, das einzige Point-and-Click-Adventure, was ich wirklich gespielt habe, war... Day of the Tentacle. Nein. Oh. Oh, wie hieß denn das? Äh, Deponia. Ja, geil, ist gut. Ah. Voll gut. Lass dir nichts sagen, sonst. Ist gut. Deponia ist gut. Ich mag den Humor. Ja, der Humor war gut. Ich warte hier dann irgendwie mal auf euch. Ja, ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Kannst du jetzt bitte... Ah. Ich darf hier auch mal rauskommen, ne? Moment, ich komme auch. Aber ich habe hier noch ein bisschen... Kupfer. Die heißen das nochmal auf Deutsch. Kupfer. Kupfer. Da ist das, was ich brauche. Moment. Äh. Ja, das kann dann weg. Endlich. A little bit more of Stein. Off, off, off. Aua. Gimmi, dat isch. Oh, hat dir denn alle so viel eigentlich zu tun? Ich habe fast gar nichts zu tun. Ja, ich habe ein Ziel. Ich habe auch ein Ziel. Ich will den Ofen bauen. Toll. Ich habe gar kein Ziel. Hast du zufällig noch, ähm, acht Steine, Marte? Ich habe zwölf Steine. Ja. Ich will einfach Marte. Ich komme. Ich komme. Oh Gott, warte auf mich. Ich bin alleine und dunkel. Also, es ist alleine. Was? Ich bin alleine und es ist dunkel. Es ist alleine. Es ist alleine und ich bin dunkel. Es ist alleine und ich bin dunkel. Ja, es ist die Moin. Es ist schon spät. Es ist schon 13.30 Uhr fast. Ja, wir sollten es werfen. Ein bisschen Schleim muss sein. Dann ist die Welt voll. Und dann Schein oder so. Geil, Mann. Ich freue mich schon auf den nächsten Absturz des Spielers. Gute Nacht, Matrix. Gute Nacht, Amber. Lass unsere Katze, Alter, voll rufen. Lass dich nicht von dem Bettschleim beißen. Bitte was? Was? Oh, Gott. Ich lass mich nicht vom Bettschleim beißen. Ist okay. Ich hab verstanden. So. Ach ja, das Spiel spielt jetzt wieder. Jetzt schicke ich dir das Spiel. Ja. Ja. Oder? Komm, es ist eine Folge. Willst du abstürzen, spielst du das Spiel oder willst du nicht? Level Up. Das gleiche wie die letzte Folge. Geld. 280. Ja. Warte auf Spieler, treffend vier. Jawohl. Aber es gab auch ein paar Up-Sails, die wir letztes Mal gespielt haben. Neuja. Wer hat den scheiß Crash jetzt endlich mal gefixt haben. Will ich's hoffen. Ich will das ehrlich wieder aufhoffen. Amber. Ja? Es hat so abgefickt, wie das immer abgestoßt ist. Ja? Es tut mir leid, diesen Fachausgut zu machen. Ja? Warte. Du kannst mal zu meinem Grundstück rüberkommen, dann gebe ich dir die Steine. Ach so, ja, warte zum Zweifel. Hä, wir haben doch voll viele Steine in der Kiste. Ach so, ja, stimmt. Oh, nee, ich wollte aber extra sammeln, damit ich, falls ihr das braucht und so, habe ich hier so beim... Extra so für die Schuhe. Es ist nicht erinnert, wenn alle gießen. Ja, voll schlimm. Ruhig klar. Es tut mir leid, meine Pflanzen brauchen wir mal was. Eines schon verreckt, ich weiß nicht warum. Ein Typchen ist fertig. Oh, ganz viele Toten. Oh Gott, das ist so wunderschön. Das ist so ein Quas, was... Ich hab kein Wasser mehr in meiner verfickten Gäste. Ich brauche eine Sprenkelanlage, ehrlich gesagt. Diese Aggression. So viel, ich hab richtig viel fertig. Habt ihr jetzt noch Kopparohr? Ja, aber nicht viel. Können wir vielleicht noch eins in die Kiste legen oder so? Wir wollten noch zwei aufpassen. Aber erst neun. Ich hab noch Koppar. Warte, mein Inventar ist voll. Ich hab da gerade... Ich hab da gerade... Ich hab da gerade... Ich kann's versuchen mitzubringen. Warte. Ich hab noch ein paar Toten, die ich ernten muss. Ja, kann ich mitbringen. Und dann muss ich neu pflanzen. Ah ne, heute ist Fest. Heute hat alles zu... Ah. Par dey. Ja. Entschuldigung. Ich fasse mal ein Stück auf. Die Koppar. Ich warte. Genau. Vielleicht geht er los. Ich komm mit dem Koppar. Einmal noch Rieskanne voll machen. Breakfast, du leist vegan! So, wo soll ich das denn tun? In welche Kiste? Äh, rechts. Oder die... Mit dem Stein. Ist egal eigentlich. Ach. Ich mache nochmal Fest. Danke. Oh, oh. Habe ich mit dir schon... Warte, warte, warte. Habe ich mit dir schon geredet? Ja, so nah an dem Binderstall. Oh Gott. Ich muss sogar auf euch andere warten. Damit die Katze... Ja, ich hab das echt. Ich hab das. Ja, ich hab das. Ich hab das. Willst du mit mir zum Fest gehen? Ich hab das. Ich muss wie im Allerien gehen. Hehe. Warte, müssen wir alle eine Rieskanne schaffen? Ja, müssen wir. Bei mir steht einer von... Okay, nee, jetzt zwei von vier. Okay, gut, es geht. Ich bin vom oberen Teil rein. Ich bin vom oberen Teil rein. Hier. Ich steh in den Inhalte. Hi. Hallo. Hi, hallo. Guten Shop. Boah, ich kann Flanengo kaufen. Ich möchte den Plüscher. Oh, ist der schön. Oh, der ist so teuer. Oh, und darf ich mir eine Erdbeere kaufen? Wir können uns alle eine Erdbeere kaufen. Ja, ich habe mir eine Erdbeere gekauft. Ich auch. Jeder darf eine haben. Ich hab auch. Ich spreche erstmal mit allen, mit denen ich noch nicht gesprochen habe. So, hier gibt es die Spurteilung. Was willst du denn? Einfach jeden ansprechen jetzt. Zack, dich, habe ich angesprochen. Zack, dich, habe ich angesprochen. Das ist echt so. Voll die gute Idee. Zack, dich, habe ich angesprochen. Und... Zack, dich, alte Frau, habe ich auch angesprochen. Also ich habe alle angesprochen schon. Bei mir fehlen aber auch noch welche. Bei mir fehlen irgendwie noch Kai, aber ich weiß halt nicht mehr. Dann guck doch in der Liste. Ja, kann ich grad nicht. Wieso nicht? Kann ich aber auch nicht, geht beim Festival nicht. Ja, wieso denn? Hallo! Weil ich denke, ich bin mit den ganzen Gods ab hier. Es geht einfach nicht, das ist unmöglich. Going to a treasure hunt. Ja, das stimmt wohl. Weil ich spiele. Ich kann nichts dafür, dass es nicht geht. Also, bei meinem Festival geht es halt nicht. Hä, ich kann doch auch die Liste gucken. Ich nicht. Bei mir ist einfach das komplette, äh... Ich aber auch nicht. Ja. Was ist weg? Wo ist er da? Der Overlay. Aber du kannst doch Escape drücken. Oder E. Oder... was? Ich... E. Auf dem Controller kann ich das nicht weiter... Inventar, wo eigentlich das Inventar ist. Ich suche einen Typen mit einer Brille. Ich suche einen Typen mit einer Brille. Autoron. Mit dir muss ich noch reden. Skills und Teilen. Nein, mit ihm kann ich nicht reden, weil er im Shop steht. Also, sieh. So, wen habe ich denn noch nicht? Ähm. Hä? Man, die stehen alle im Weg. Den... Den... So ein... Ach, hier kann ich auch gar nicht stehen. Jetzt müsste ich eigentlich alle haben. Mein Ehemann geht mir fremd! Ah! Mit was? Du Assi, red mit mir! Ach, der Alex. Hallo! Der redet doch, oder ne? Ja, aber der redet mit der da! Der braucht Protein! Pö... ähm... Ja, ähm... Sei denn dann soweit? Gesundheit! Gesundheit! Ja, ich bin soweit! Wofür? Für die Eiersuche. Dass es losgeht mit Eiersuche? Oh! Achso! Ja stimmt, da war ja was. Wo denn? Wo ist denn der Typ? Der Bürgermeister steht hier! Wo? Hier. Oh. Ah ja, stimmt. Ach, ja, ich lauf gegen ihn und sag wo. Ah. Ja. Katzen! Bereit! Lasset den Kampf um die Eier beginnen! Mhm. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten! Die jährliche Frühlingseier-Suche! Juhu! Ganz ruhig, Kinder! Ganz ruhig, Spezi! Du schaffst das! Ihr braucht eure Energie, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt! Seht ihr das für uns alle, wenn wir zusammen suchen? Denke nicht. Schade. Nun denn, sind alle bereit? Ja! Bartow spielen da! Nein. Drück jetzt! You wanna start this? Ich hab gedrückt. Ähm, ah jetzt. Ich hab die ganze Zeit gedrückt. Juhu! Lasset die Eiersuche beginnen! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die Hand vom Keyboard genommen! Nein, ich stehe ihn fest! Da liegt doch eins. Oh, da liegt auch eins. Doch, da liegt wohl eins. Da! Da! Da noch zwei. Da noch zwei. Ja, ja. Doch, noch zwei. Toi. Ich? Warte, 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 wo sind denn noch welche? Die irgendwo liegt da noch eins! Nein, komm ich da hin! Was? Hallo, nimm noch das A1! Das ist A1! Doch, da komm ich denn nicht, ich komm da hin! Ich waste gerade voll die Time einfach. Ich hab nur drei Eier! Ich auch! Ich bin eierlos! Ein eierlose Fress halt. Abigail, du bist so dumm. Wie ich das hasse, wenn Eier irgendwo liegen, wo man gar nicht drankommt. Ja! So in den Wagen oder so. Da war der eins! Ach, nein. Ich hoffe immer weiter. Ich auch. Das ist traurig. Wow, schaut euch all die Eier an! That's what she said! Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so offiziellt aufzusammeln, hängen wir die sauerste Stadt. Diesseits des Edelsteinsees. Haha! Und jetzt der Gewinner des diesjährigen Eiersuchers. Der diesjährige. Mit Schussel! What? Hui! Hui! Iiii! Voll gut, ich hab grad... Fünf? Ja, dann hast du mehr als ich, auf jeden Fall. Dann hattest du einen mehr als ich. Hier ist nämlich ein Strohhut! Ein Strohhut! Wuhu! Yay! Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr! Danke, dass ihr noch zwei wart! Jetzt zurück an eure Arbeit, ihr Pisser! This is so freaking awesome! Ich will mein Erdbeerchen sehen! Ich hab... äh... Spezi, hast du dir jetzt auch ne Erdbeere gekauft? Nö... Weil die Eier sucht... Boah, geiler Strohut! Boah, gar nicht! Der ist wirklich pretty! Huch! Ich hab meine Gier ge... äh... meine Tür... meine Gier gegossen! Meine Tür gegossen! Ach, nein... Ich will mal sagen... meine Tür gegießt... äh... meine Tür gegossen! Oh nein... Nein... Neiiiinn! Deutsche Sprache spiel ihre Sprache! Oh ja! War doch ein schönes Schlusswort für die heutige Folge! Ja...